Hallo und schönen guten Tag. In diesem Video möchte ich Ihnen die Oraniakopferhaube MEBA 90S vorstellen. Erhältlich ist die Haube in 60 und 90 cm sowie in schwarz und in weiß. Alle Oraniakopferhauben werden immer inklusive Edelsteinschacht geliefert. Im Umluftbetrieb können Sie diese aber auch ohne Edelsteinschacht montieren. Wir haben hier eine pflegeleichte Echtglasfront mit Randabsaugung. Hinter der leicht zu öffnenden Klappe verbergen sich die Spülmaschinen geeigneten Metallfettfilter mit Fettabscheidegrad B. Der Haubenkörper ist außen wie innen immer in der Frontfarbe lackiert. Innen sind auch keine scharfen Kanten zur leichten Reinigung der Innenseite. Nun kommen wir zur Bedienung der Haube. Eingeschaltet wird die Haube über die Touch-Kontrollsteuerung, mit der Sie zwischen den vier Leistungsstufen wählen können. Ebenfalls können Sie hier die LED-Beleuchtung ein- und ausschalten. Die Nachlaufautomatik aktivieren Sie, indem Sie ca. 3 Sekunden die Plus-Taste betätigen. Dargestellt wird dies durch einen blinkenden Punkt. Die Nachlaufautomatik ist wichtig, für eventuelle Restfeucht im Haubinneren abzudrücken. Im Lieferumfang enthalten ist auch immer eine Fernbedienung, worüber Sie ebenfalls die Beleuchtung und Stufensteuerung wählen können. Beim Kauf von Dunst abzusauben, achten Sie bitte immer auf das Energielabel. Ganz wichtig dabei ist der Fettabscheidegrad, denn Dunst abzusauben sind dafür da, den fetthaltigen Kochtunst von Ihren Möbeln fernzuhalten. Hierbei bedeutet Fettabscheidegrad B bis zu 95% des im Kochtunst enthaltenen Fettes werden gefiltert. Dies ist die Oraniakopfteihaube MEWA 90S. Bis dahin und Tschüss!